Gut, dann können wir überspringen. Tja, das ist eine gute Frage. Nehmen wir da mal den zweiten Weg hier. Vielleicht könnten wir es noch mit einer anderen Methode ausprobieren. Versuchen. Also gut, springt mit Chouchu und den anderen. Wo ist er denn jetzt? Ah, gleich da drüben. Zwei Heiler und ein Koch unter sich. Zwei Heiler. Ey, bist du eine Jüngerin des Sanctus Medicus? Zwei Heiler. Nicht sagen so etwas in front of these Healers. Ich glaube, du kannst etwas herausfinden. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Zwei Heiler. 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 Janchu ist wirklich etwas ganz Besonderes. Also haben wir Scott ein Abfüllmittel verpasst. Das Problem bei der ganzen Sache ist aber natürlich, Scott sitzt auf dem Klo, aber die Max der IFK sind immer noch da. Oder habt ihr, sagt, schon mal einen Roboter gesehen, der aufs Klo geht? Oder eine Kampfmaschine, die aufs Klo geht? Ich denke eher nicht. Dieses Abfüllmittel scheint wohl ein bisschen zeitverzöger zu wirken. Das Problem ist. Unpopulär? Was bist du? Wer in Arumali würde eine sehr verehrte und liebevolle Frau, wie ich? Oh, ich habe die Wurzeln. Sie sind nur Angst vor dem Yen-Ching und Yuen-Li, damit sie nicht die Gute zu sprechen. Guess was? Ein Wurzeln hat mich in secret vorhin, um mich zu retten, und zu retten, für alle Menschen in Ourum Alley. Und du kennst du was noch? Er hat mir und die Leute einen großen Pfot dieses spezielles Medizinales zu essen, damit wir uns mit der Energie zu kommen. Äh, hehehe. Oh, gut. Sie klingt wie ein braves Mensch. Natürlich haben wir es gemacht. Diese Suppe war unglaublich lecker. Wer hätte gedacht, in einem kalt und in einem anderen Ort, wie der Law-Fu, würden wir etwas so hervorragend finden. Okay, genug zu sprechen. Los geht's, Leute. Das leckeres Medizinal-Soup wird uns die Kraft zu gewinnen. Äh, don't push yourself too hard. Äh, just leave if you can't handle it. Spare me your fake concern. Hello? My stomach hurts. What's happening? What's happening? Ugh, mine hurts too. Could it be that something was wrong with that stew? Those files, Sienjo-Skeldrels? Just hold on, boys. Let's defeat this little brat first. Not where you sportsman like. Tja, dann legen wir mal los. Was? I think last night's dinner's about to make a grand exit. I, gotta go to the bathroom. See ya. Back there. Don't you dare run away. Sorry, but I can't hold it any longer. I really, really. Give me the details. Just get out of here. People, I'm seeing things. The Astral Express is racing away. White Tiger, let's go. The Astral Express you're not allowed to leave. Tja, dieser Kampf ist wirklich kacke. Da frage mich eigentlich aktuell, ob Scott eigentlich, ob diese Kampfmix IFK eigentlich, naja, von irgendwelchen Leuten können gesteuert werden. Ich hatte eigentlich bisher gedacht, das wären autonome Roboter. so langsam was hier, können wir aber mal meinen Zahn zulegen. Unsere Lebenspunkte werden ja auch nicht mehr. Aktuell. mit Oh, I get it. Na bitte, get off. I lost. I am defeated. You fight too dirty, March 7th. You are truly despicable. You'd better go to the bathroom. Zu spät. Zu spät. I don't need to go to the bathroom anymore. here. Oh. OOh. Ich schätze, wir haben wirklich ein bisschen unfair gekämpft. Aber tief unten... Es fühlt sich ziemlich gut. Ist das, was die Schmerzen in den dunklen Seite fühlt sich? Ich habe eine letzte Sache zu sagen, 7. März. Okay, gib mir ein Stück von deinem Kopf, wenn du möchtest. Ich versuche es, ich war ein bisschen aus der Linie. Du hast meine Respekt gewonnen. Wait, was? 7. März, du bist die erste Person, die ich noch wissen, die nur so despischbar, schrecklich und so heartlos wie ich. Aber diese Zeit, du hast dich selbst gemacht, und du bist noch mehr schrecklich, mehr schrecklich und nicht mehr schrecklich als immer. Ich akzeptiere meine Schmerzen. Vielleicht werde ich heute noch ein paar Freunde sein. Wenn du willst und arbeiten für den IPC, dann schreibe ich dir eine Recomendation-Liter. Deine Komplimente machen mich so verrückt. Kann ich ihm noch eine Bedingung geben, während er unten ist? Naja, ich... Ich würde mal sagen, an der Stelle hat er nun wirklich genug gelitten. Verschone ihn bitte. Aus dem Auge des Mannes rinnt eine einzelne eisige Träne voll unermessigem Kummer. Und wünsche ich einen Ersatz-Unterhose. Kein Weg. Ich werde ihn nicht aus dem Huch lassen, weil ich mich nicht beschädig bin. Erinnerst du? Leute? Freunde? Wer noch jemand anderes, der noch immer bewegt? Hilf mir! Mehrere Mitarbeiter der IPC, die nicht aus dem Gefecht gesetzt wurden, eilen in die Menge und tragen Scott fort. Miss March, vielleicht sollten wir nächstes Mal etwas mehr honorables versuchen. Es war nicht meine Idee. Es war all diese pinkhaired Fox-Aktin auf seine eigene. Alles, was ich getan habe, war... ...wenn... ...ein... ...ein... ...freie Form... ...Sword-Fighting. Ein flüchtiges Zwischenspiel ist zu Ende, doch 7. März wird ihr Streben nach der Kunst des Schwertkampfes fortsetzen. Tja, dann wollen wir doch mal sehen, wie sich dann, er sagt, die Geschichte mit Silberwolf entwickelt. Tja, es wurde nie gesagt, dass Jaochos Elixiere nur auf sich selbst angewendet werden müssen. Gute Geschichte. Vielleicht brauchen wir noch ein Klo. Aber es war eine gute Geschichte. So, Eidolon-Belohnung. Die weitere Eidola... ...wäre jetzt freigeschaltet. Der Klingentanz im Schnee. Jetzt natürlich noch die zeitlich begrenzten Belohnungen. Wunderbar. Dann wollen wir doch jetzt auch schon mal mit der nächsten Phase beginnen. Beginnen. ... ... ... ... ... ... ... ... ...